ja auch willkommen zurück portal 2 wir sind nicht ganz weiter gekommen und wir fragen uns immer noch was ist hier los mit dem hier nachdem ich ja der kurax hier erstmal ordentlich geschreddert hat das war es hätte auch mit absicht sein können ich weiß nicht ob man mit dem würfeln noch was anderes machen kann ich will das nicht aber ich glaube ich habe die idee ich habe auch eine stelle ich habe jetzt tatsächlich bitte stell du dich doch darauf ach so acht er geht durch die schatten okay aha ihre vernichtung ist teil des tests sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich gut laser doch mal den da oben liegt wird der ist doch schon da und alter so letztendlich das ding doch einfach mal wieder dahin ja ist doch schon eine arbeit weiß doch wie gut ich ziele ja das sehe ich das sehe ich sehr genau schau doch mal nach oben was fällt dir auf den nehme ich jetzt ein gewahrsam hier meine güte packt das ist denn heute noch mal ja aber jetzt nicht mehr danke ja ich muss auch abliegen ja bestenfalls darauf jetzt ja sehr gerne aus springen können wir jetzt auch die bekanntgabe individueller ergebnisse würde den test beeinträchtigen ich kann aber mit teilen dass es für einen von euch sehr sehr gut aussieht ich danke dir bitte weiter zu nächsten testkammer da ist nochmal zurückkommen so weil dann du dein portal weg gemacht habe ich nicht ich anders ja ja links jetzt an die wo weiß ist ja aber warum ja weil du was im raumhaus wirst du jetzt bitte auf mich warten ich danke dir ja sehr gerne auf doch mal zu ich komme nicht rein hier sollst du auch nie im schlafzimmer sagen meint's nicht naja kommt drauf an ob sie vielleicht noch ihre ose anhat oder nicht aber ja das wäre dann ein subtiler hinweis naja subtil ist ja schon nicht mehr aber auf jeden fall situativ okay ich weiß nicht was ihr da glaubt zu tun aber es gefällt mir nicht hört auf damit war das gerade steinschere papier ja ihr habt eine so wundervolle partnerschaft entwickelt in der einer von euch die denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist ins getümmel zu watscheln sollte der test in ein fressfest umschlagen fresstest gut wir können zerstampft werden hier im übrigen so ähm guck mal hier oben da kann irgendwas aktiviert werden achso ja den laser warte mal wir müssen äh stell ich mal auf einen drauf bin ich äh warte mal äh ich glaube einer muss da rüber wandern und dann über die kiste in die kiste holen aber wo kommt das erste portal hin ok ich sehe schon mal bin mal unten oh wie hast denn das jetzt gemacht einmal da und wo noch da unten ah ja aber da muss einer steuern warte mal äh ne so nicht doch doch warte au jetzt bin ich oben vorsicht ah ok ok runter ja ja ich glaube es ist besser wenn man keine punkte erhält so ich nehme achso guck mal das ist sogar hier beschriftet mit runter ich glaube es ist besser wenn man keine punkte erhält so ich nehme achso guck mal das ist sogar hier beschriftet mit runter und holen ok ja ich weiß wieso ich das nicht machen lass es jetzt einfach ok soll ich wieder runter ja von dem runter runter ne du musst runter oder hoch oder so so jetzt ziemlich viel weiß 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 äh sieht schick aus mach mal oh ja 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 und jetzt loslassen ok ok äh ok ähm ne moment was äh doch du kannst auch jetzt kannst du dein anderes portal nutzen die würfel da durchschieben ich weiß bloß nicht welches ne oder ok jetzt bist du wo hier wieder da bin ich in mein ausgangsportal da gelassen ah oh scheiße jetzt muss man so jetzt müssen wir ähm da oben das teil ansteuern ne 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 das ist kein problem ja 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 das ist gerade schön fast selber durchgelaufen es scheint nur so als würde ich eure leistungen nur mit kollaborationspunkten bewerten tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne aspekt in euer endergebnis ein Mensch das war ja Orange du hast zum Beispiel eben zwei Chancenhinweispunkte eingebüßt was haha 2 Chancenhinweispunkte nun bin ich ja fertig du bist so oder so schon fertig also du heißt Peabody und ich heißt Atlas da finde ich Peabody aber an sich cooler den Namen also da würde ich erst sicherstellen für was das Pea heißt ja aber wenn es das wäre dann würde Orange gewinnen aha haha achso was haben wir denn jetzt hier für haben wir hier irgendwo einen Hinweis? ne du machst vielleicht den neuen Gehörfüllplan Laser da hinten Dings hier ist Stacheln hier ist eine Laseröffnung äh lauf mal achso wir haben nicht unbegrenzte Reichweite alles klar äh schieb mal Würfel rüber Blue erhält 5 Kollaborationspunkte achso ich habe gar nichts gemacht aber ist ok ey ok der geht oh da wollen wir ja noch nicht hin ne der geht runter der geht runter ich glaube da fängt es an so darfst doch mal rein die doofen ja sehr gern ich muss doch erstmal hinkommen ja lauf doch einfach hin ach du bist ja echt hochgefahren ne 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 achso und wenn du jetzt da ankommst und ich das mache ist toll ja nö alter so was soll ich jetzt hier durchlaufen auf die Plattform ah ich habe eine Plattform gefunden warte mal jetzt äh ja das wird jetzt vielleicht ein bisschen schmerzhaft warte mal ne ah ok ich kann es auch so ausnehmen das ist jetzt gut oder schlecht das war jetzt ganz gut sooo ich lass mal ganz hoch fahren ne ja naja weiß nicht ich bin mir grad nicht mehr sicher da würde ich jetzt auch nicht springen weiter mal richtig bis das schön hast so hallo so ja und jetzt mach mal da ein Portal und äh machen wir mal ähm ähm du kannst auch hier fahrt fahr mal die erste Plattform wieder hoch dann schmeiße ich die da hinten noch ein Portal hin dann kannst du da ja reingehen ähm ähm so ne ja ja hui 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 siehste mal sieht auch ganz gut aus bin sogar erster Orange diese Tests sind wie für dich gemacht ganz im Ernst die Wissenschaft liegt dir ja ich guck nicht umsonst Dokumentationen mhm du Portal 2 oder was äh ja so ähnlich Dimensionsbeherrschung das wär geil ja machen wir doch grad oder nicht oder wie oder wie oder wie ne wir stellen Portale auf wir krümmeln den Raum quasi ach du kennst du die äh äh den physikalischen Hintergrund ja 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 das hätt ich mal lang dann die Tests sind nicht auf das Labor beschränkt der nächste Test ist so gänzlich anders ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wer ihr es findet wisst ihr es achso da bin ich ja beruhigt achso äh oh hallo äh äh lassen wir mal kurz den Space hier ja ich denk mal da müssen wir beide mal irgendwie ähm ich denk wir müssen auf die andere Seite kommen guck mal hier gehts auch noch runter und so warte mal ja ja geht nimm mal eins weg bitte irgendwie so riet aha ah insert disc ahja wir müssen glaub ich ne disc finden ja dann versuchen wir das doch mal capture 2 hm nö gehst du auf hm hm geht nicht auf ne ja jetzt vielleicht äh so kommt und rücken achso ja achso wir müssen gleichzeitig drücken achso mhm ah dann sag mal wenn er unten ist es stand nicht richtig dran mach nochmal nein du sollst hier du du Eimer achso den hab ich gleich gesehen entschuldige bitte Alter wir lassen den Countdown laufen wie so ein wie so ein Weltmeister weißt du ja ich hab den hier nicht gesehen ha ja ich glaube wir müssen uns beeilen meinste oh Countdown hm ja weg da das hat mir jetzt unglaublich gut gefallen schön dass du ohne mich nicht weiter kommst ist nicht gut du darfst jetzt vorrennen ne mhm was passiert hier eigentlich ja na sing wo na na sing hier ne ist auch geblockt so huch und tschüss warte mal ich hab da ne andere idee noch hast du noch portal offener ne aber ich hab jetzt ich hab auch ne idee portal durchschießen ja richtig die idee hatte ich auch gerade ja gut dass wir uns wenigstens so verstehen ja ja was ist denn wie los was denn du he 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 wollen wir mal counteren äh zack ha ja nehmen wir doch so lange kapp die disk mal sehr nice ach ja ne äh doff ne ach hier ist noch ein schalter hier ist noch ein schalter hier ist ein schalter hier ist das blaue portal ja und ruhig doch mal den schalter welcher denn hier den wir sind zu über wir sind zu pro zur bewältigung dieses absolut sinn und herrnlosen test 1 noch wenn ihr die teststrecken verlasst kann ich euch nur durch gewaltsame demontage zurückholen wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze glücklicherweise spürt ihr keinen schmerz zumindest könnt ihr nicht mitteilen dass ihr schmerz verspürt ich halte das übrigens für einen mangel war das jetzt erfolglos hatte ich nicht gesagt wenn wir erfolglos waren wir sind ja fernab der teststrecke deshalb hat es uns zerstört ich dachte das war mein portal weil ich das hinter den projekten gelegt habe dachte ich jetzt so jetzt habe ich uns beide gekillt was durchaus wahrscheinlich ist also los jetzt was wenn das so bleibt die montage einheit muss ein problem haben machen wir einige tests und schau mal schauen wir doch mal okay wir müssen die ansicht vergrößern wissenschaftliche kollaborationspunkte 1 7 sie erfinden sich unten ständige japan willst du nicht rüber kommen aber ich bin schon sehr viel mehr gelaufen als du das hier kriegt man echt ein zu viel naja ja ja das ist böse wenn du genau drauf guckst das ist richtig böse ja aber das ist auch nee der kriegt der kriegt der wird mir ne ich bin weg da wirst du echt bescheuert bei ne ehrlich mal wieder ehrlich das ist echt cool bisher muss ich sagen nur die andauernde ladescreens sind ein bisschen ja ja diese strecke diente der stärkung des selbstvertrauens von menschen sie mussten nichts weiter tun als fünf minuten durch die gegend zu laufen woraufhin ich sie zehn minuten lang lobte wie toll sie gelaufen sein da ihr zum glück keine menschen seid habe ich die test die anspruchszeit gestaltet und die lobhudelei drastisch gekürzt äh nee äh meinst du das ist so doch 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 alles gut boom nee der war zu hoch ich komme nicht hier ran also wir müssen glaube ich lupen hier irgendwie dann machen wir das so jetzt nee ja ich bin drüben ja wo drüben ja quasi hier achso du musst in dein unteres blaues springen von oben ach wirklich ja ist aber blöd spring mal nicht und nicht runterfallen lassen dann springen wuuhu ach ok setz das noch ein bisschen höher nein 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 wow haha ich komme da nicht ran haha komm ich setze es dir noch ein kleines stück hin höher und dann kannst du mal reinspringen dann kannst du auch springen und dann nach vorne das setzt meinte mal ein bisschen höher wuuhu au haha setz mal wieder höher danke ähm sitz mal dein gelbes da noch ein bisschen höher geht nicht so jetzt aber so schätze ich schon ein bisschen albern an ne ich denke ich mache genau das was zu machen ist aber es wird scheinbar nicht besser ja ja muss ich der duck jump machen oder ne ne du kannst aber dein blaues noch mal ein bisschen tiefer setzen welches blaues das ist dunkel vielleicht bringt das ja was okay also ein bisschen nach rechts noch oh da ist nix her so ich glaube so ich weiß mal höher nein entschuldigt bitte uuuu 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 ich weiß nicht irgendwie was wird falsch auf jeden Fall uuuu uuuu es reicht nicht uuuu 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 iau uuuu 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 uuu uuuu 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 uu Soll ich's auch einfach irgendwie ein bisschen höher setzen nochmal oder so, oder ein bisschen... Oh, oh! Wie ist das jetzt gemacht? Im Umsetzen war das. Du hast das plötzlich umgesetzt. Und dann kam ich auch recht weit hoch. Ich hätt mich zusammen, ich hätt wirklich dicken müssen, die ganze Zeit. Ja? Du wirst schneller nochmal, ja. Oh, jetzt will ich aber noch schwindig hier. Lass uns mal weitergehen. Wirklich? What? Achso. Oh, ich möchte weinen. Oh Gott. Ey, ich hab ne Idee. Ich will auch, ich will auch. Er ist nicht so schlau, glaub mir. Na ja. Na ja. Ey, warte mal. Ja. Bist du wohl? Ne. Äh, was glaub ich, wenn das untere rein? Ne, und das ober. So. Okay. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht. Hier durch die Tür. Hier haben wir einen Energieversorger. Ja, aber da oben ist... Warte mal. Wir müssen erstmal da oben hin. Irgendwo. Wir müssen erstmal den Energieversorger finden, oder? Was machst du da? Ja. Ich hab mich mal nach oben geportet. Warte mal. Ich setz dir mal bei eins. Wo kommst du denn? Wo kannst du da hinspringen von der Plattform aus? Ah, hier. Äh, welchen hab ich jetzt gesetzt? Die hellblauen. Hast du oben. Versuch mal das zu erwischen. Ja, und wie soll ich das erwischen? Ach so. Ah, warte, warte. Äh, keine Ahnung. Wo? Wo ist denn das jetzt? Hinter dir. Mhm. Ne, ich glaub das wird nix. Ich muss hast, glaub ich, tiefer, oder? Schon eher. Aber da komm ich nicht rüber. Ne, das muss mit nem Jump. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähhh. Okay. Geh mal weg da bitte. Irgendwie. Ne, ähh. Ne, ne, mach mal dein Dunkelblaus wieder hier unten hin bitte. Danke. Wohohohohohohohoho! Das war jetzt aber ganz schön hart. So. Was ist jetzt passiert? Ah, ich muss da rum. Jetzt ist der Ball frei. Wo ist der Ball? Nimm mal meine Cam. Ich ping auch mal hin. Nee, wir müssen noch zum zweiten da. Willst du den zweiten da? Äh, ja, nee. Achso, jetzt ist der zweiten links da unten. Ja. Da muss ich hochjumpen und jetzt muss ich noch Speed bekommen. Ich werde mal durch deines gehen, ne? Auch. Biss es jetzt aber auch. Ja, dann setze ich immer das rote da unten hin. Und dann... Hm? Äh. Erstmal hier oben. Achso, stopp. Wo ist denn jetzt mein gelbes eigentlich? Habe ich überhaupt schon ein zweites gesetzt? Nee, es sieht nicht immer aus, ne? Wo hast du denn das zweites gesetzt? Ja, äh, gelb sollte hier bitte rein. Hier. Äh, ist dein erstes? Das ist unten gerade. Oh. Äh, warte mal. Letztes mal wieder höher. Äh, du bist wahnsinnig in dem Spiel, ey. Ehrlich. Uh. Ja, hat geklappt. Achso. Alles da? Alles da. Oh. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehen... Oh. Was machst du denn? Ihr seid wirklicher Kader. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einem Sicherheitswürfel in einem... ...der ist genau dafür vorgesehen ist. Das ist fies. Das ist aber blöd. Oh. Nee. Das ist jetzt aber blöd. Jetzt hier. Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte die ganze... Ich wollte... Oh. Huch. Hä? Ich möchte mal wissen, wie das aussieht. Mach du das mal bitte. Äh? Huch. 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 Dann kriegst du echt Probleme dabei. Luftübung habe ich gerade freigeschaltet. So. Ey. Echt fies, ne? Oh. Oh Gott. Wait mal. Jetzt mein Ausgangsportal noch mal ein bisschen weiter links. Na. Du bist du gut? Ne. Will nicht irgendwie. Jetzt. Ne? Also jetzt ich mal jetzt noch mal ein bisschen weiter. So. Hey. Jetzt mal bitte da im Mainz. Warte mal. Ich setze jetzt mal daneben. So. Ah Tagel. Hä? Du kannst das übrigens genau angucken, ne? Mit, äh... Huch. Mit Tab halt. Oh Gott. Alter. Was geht hier ab? Wo bin ich hier? Das ist schon ganz schön krank. Ja, Scheiße, ey. Oh. So. So. Ja, so kann man auch abkürzen. Also Time-Bonus kriegen wir auch hier nicht mehr? Nee. Und ich würde auch sagen, nach dem Ladebildschirm, da wird auch mal kleines Päuschen. Jetzt habe ich eben Auchmuskeln, der wieder gefehlt. Ich kann gerade nicht mehr. Das ist auch echt gut aus, wie du immer wieder gegen die Hand geflogen bist. Ey, echt. Aber da falle ich dem Nächsten ganz gut hin. Ja. Vor allem die Karte so unerwartet. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen. Mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ach so. Ich dachte, der jetzt hier redet erst über unser sämtlichen anderen Aufnahmen, die wir jemals gemacht haben. Was auch ungelungen in jeder Aufnahme alles passiert. Ja. Gut. Also liebe Leute, den Rest oder weiter gucken wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut. Ja, wir leiden dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.